Eka-Pada-Dhanurasana ist die Bezeichnung für zwei Asanas. Es gibt den auf dem Bauch liegenden Bogen und es gibt Urdhva-Dhanurasana, den Bogen mit dem Bauch zum Himmel. Kindra, Yoga-Lehrerin bei Yoga-Vidya Bad Meinberg, zeigt beide Variationen von Eka-Dhanurasana. Bei Yoga-Vidya bezeichnen wir normalerweise die Rückbeuge auf dem Bauch liegend als Dhanurasana. Dhanurasana gehört zu den zwölf Grundstellungen. Sie ist die dritte der drei Rückbeugen nach Bhujangasana und Shalabhasana. Du kannst Eka-Pada-Dhanurasana üben, eben die einfüßige oder einbeinige Dhanurasana, indem du nur mit einer Hand ans Fußgelenk fasst. Mit der anderen Arm kannst du Verschiedenes machen. Du könntest entweder in die Cobra kommen, also die Hand auf dem Bodenbrustkorb heben, oder Kindra zeigt auf der anderen Seite, dass man auch etwas anderes machen kann. Also sie hat bisher den rechten Fußgelenk gefasst und lässt das jetzt langsam los und beugt dann das linke Knie und fasst mit der linken Hand ans Fußgelenk. Und dann rechten Arm ausstrecken nach vorne und rechtes Bein nach hinten und dann linken Fuß heben und jetzt auch noch rechten Arm und rechtes Bein heben. Auch das ist eine Variation von Eka-Pada-Dhanurasana. Beides Variationen von nach unten schauendem Bogen. Es gibt jetzt aber auch den Urdhva-Dhanurasana, weil es auch bezeichnet wird als Chakrasana. Dort ist die Ausgangsposition, die Rückenlage. Und von der Rückenlage die Knie beugen und die Füße auf dem Boden, Hände neben die Ohren auf dem Boden und dann den Bauch heben, Becken heben, Brustkorb heben. Das ist dann Chakrasana, auch genannt Urdhva-Dhanurasana, auch genannt Utthita-Dhanurasana, aufgerichteter Bogen. Und wenn du von hier ein Bein nach oben gibst, dann ist das Eka-Pada-Dhanurasana oder Utthita-Eka-Pada-Dhanurasana oder Eka-Pada-Urdhva-Dhanurasana stärkt Arme und Beine und ist eine hervorragende Übung für die rückwärtsbeugende Flexibilität.